hallo schön ihr lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ja auch mich hat die mein little box endlich erreicht und ja die ist hier drin in diesem paket ich habe es natürlich schon ein bisschen geöffnet und geguckt ja und na ja wir machen jetzt einfach genau weil in diesem karton ist viel special special das ist einmal diesmal eine kooperation gewesen von work in progress my little box mit so wie sweet 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 ich weiß es nicht ja oben ist so ein buchstaben salat bei dann haben wir hier sterne der steinbock und der ist ja diesen monat und ich bin ja wieder seit wann macht die irgendetwas angst macht ein ding so sieht das nicht aus genau ja wir gucken mal hier experte ist zwilling es ist möglich zwei projekte gleichzeitig zu machen wenn man mehrere persönlichkeiten hat ja genau er gibt ja diese t-shirts ich bin schizophren ja und hinten drauf steht ich auch genau ja passt doch und die waage noch für monique deine kreativität zeit sich aus oder falls noch nicht geschehen fordert doch eine gehaltsehöhung ja kind jetzt weiß ich beschreit just in time der januar ist könig und setzt den ton fürs neue jahr er motiviert uns etwas zu ändern vorwärts zu gehen und erneuerung zu wagen das stimmt weil ne fast für einen forminanten start haben wir soo sui sui paris eingeladen die marke zweier schwestern die mit erinnerung ihrer kindheit angefangen haben so kreieren sui kreieren schimmernde drucke auf ihren outfits und punkten mit elaborierter raffinesse diese farbenfrohr kollab haben wir uns gemeinsam ausgedacht um die den start zu versüßen ja und hier unten ist noch sudoku sudoku kann ich ihm wieso gar nicht war ich auch nicht und oben wuchstaben salat to do mein weg finden finde ich nicht schlecht dass der bedruckt ist der karton ja wir können ja jetzt keine box sind packen da keine box da ist das war so einfach so ne genau wir haben nämlich keine box wir haben schon wieder eine tasche ja das ist allerdings eine laptop tasche aber ich habe nicht so einen kleinen laptop denn ich habe so ein altes schätzchen der wird da nicht reinpassen definitiv nicht und ja das wird ein kulturbeutel sein wenn wir zu zweit wegfahren da passt alles rein aber dann habe ich auch genug kulturbeutel so also das war eigentlich noch festgebunden mit so einem schleifchen habe ich weg gemacht und die kosten 17 euro 90 im monat nicht dass ich es vergesse und ja wir haben jetzt hier ein zettel auch drin meine beauty entfache den glow da kommen wir gleich da kommen wir gleich zu weil wir haben jetzt erst hier ja wir haben noch eine karte verschicke ich ja auch immer gerne der weg das bitte idee in ein bequemes outfit schlüpfen ja und dann haben wir als erstes hier drin work in progress mit my little box und suis paris ja ein also ein notizbuch dieses notizbuch hat jemand der plant der inspirierte listen liebt der kopiert der bis morgen abwartet der dinge sofort erledigt der zu den sternen fliegt oder auf dem meeresgrund taucht und immer ein work in progress ist jemand der sich traut er selbst zu sein haben wir hier das ja ist ja es liegt an dir du es mit leidenschaft meine bucket list 2000 passwörter das ist natürlich entschuldigung das ist natürlich nicht schlecht passwörter man vergisst ja doch immer hier werden eine pläne let's do 2022 also ich finde das ganz gut als so ein notizbuch finde ich gar nicht mal so schlecht ja aber ihr merkt schon meine begeisterung herzlichen grenzen wir legen es hin wir haben nämlich passend dazu ja ich habe schon mal reingeholt wir haben passend dazu einen stift an den kugelschreiber genau der stift mit dem nur die beste version deiner selbst unter dem schreiben kann trau dich bereit die flügel aus lalalalalala ein schöner kuli bel planen blau kuli es ganz immer gebrauchen das ist ja nicht so dass wir keine police hätten haben wir arbeiten das auch das ist kein kulit das ist eher so ein filz leiter leiter schreibt aber sehr gut gut ja gut wir haben noch drei sachen hier drin und da muss ich echt zu sagen ich habe schon einige unboxings gesehen und viele hatten echt dieses barbohr da drin dr barbohr und ich gucke in die röhre ich habe nämlich nicht aber ich bin nicht die einzige die das nicht hat weil ich aber facebook mal geguckt haben dann viele auch nicht ja ich habe nämlich drin ja von rené futter paris karité nutrie eine nur schien mask ja also wie viel milliliter 30 milliliter also ein conditioner ein conditioner eine maske für die haare steht ja auch hier drauf after shampooing also zwei bis fünf minuten und dann ausspülen gut das werde ich dann wahrscheinlich in der badewanne her machen so dann haben wir hier drin von jean provence ein duschöl ein duschöl ja mit jasmin jasmin secret steht auch drauf also ein duschöl mit jasmin duft ganz leicht ganz leicht ja ein duschgel und dann haben wir halt noch von meinem box die eigenmark und dann war es auch schon das rettungspaket nach einem komplizierten tag eine kuscheldecke zum trost okay bitte auch etwas das unsere ausstrahlung frische und licht wiederherstellt tauchen die butterweiche gesichtsmaske von lemon aid ein und lass sie 15 minuten einwirken das ist natürlich was für unsere maskenwoche mit bio zitronenwasser und vitamin c um den tag zu beleben aber auch mit bio honig aus frankreich für extra antioxidative power hopp hopp es geht weiter ja das ist so ein großer tiegel riecht sehr neutral also ich rieche jetzt nicht vitamin 10 mäßig also orange zitronen nee sehr sehr neutral vom geruch her ja gut dann wird die definitiv eine maskenwoche landen ja dünne schicht auf das gesicht auftragen 15 minuten einwirken lassen abspülen und mit einem feuchten wetterbett entfernt ist das etwa ein 40 da denn er zum vorschein kommt ich weiß es nicht schauen wir mal ja das war die my little box und ich weiß nicht warum ich da so lange drauf gewartet habe da haben sie ja gesagt das dauert weil accessoires die fehlen aber ich habe mit wer weiß was gerechnet aber nicht mit okay die krisselt die maske krisselt ich hoffe sie krisselt nicht auf weil ich hatte hier noch was anderes drauf auf dem sauberen gesicht ja was ist mein absolutes no go in der schon wieder eine tasche weiß ich nicht ja also ich werde die man mit rüber nehmen aber ich glaube nicht dass mein laptop da rein passt über was freue ich mich am meisten ich weiß es nicht kann ich sagen ja vielleicht übers duschöl also entschuldigt bitte my little box aber das ist für mich ich habe euch jetzt schon über ein jahr im abo und das ist für mich die schlechteste box die ich bis jetzt hatte entschuldigung es ist so ein blogger und kugelschreiber gehört nicht für mich in der beauty box das ist genauso wie complete blasenpflaster die gehören einfach nicht für mich da rein aber gut wenn natürlich jemand dr barbohr hatte ist natürlich glücklich ich habe dr barbohr nicht und deswegen ist das jetzt auch nicht die knaller box für mich ganz ehrlich ob ich jetzt darauf gewartet habe oder nicht hat für mich jetzt ja also schauen wir mal ob die nächste box nächsten monat besser wird und ob sie dann auch früher ankommt man weiß es nicht aber gut den blog kannst du immer gebrauchen aber ich habe ja hier auch meinen youtube blog extra für 2022 mit datum drin und tralala das nämlich wahrscheinlich für den einkaufszettel ja und jetzt meine lieben bin ich raus das war die my little box diesen monat und ja kann doch besser werden ich hoffe ich hoffe ach ja und wisst ihr was da wir hier auch keine dekorative kosmetik drin haben habe ich eine einzige sache für mein abo boxen mehr gab nämlich der konziner wird ein kurzes video aber tröstet euch wir haben ja von davor dem monat dezember war ja unmengen an dekorative kosmetik und ich könnte ja nicht alles gebrauchen habe auch nur ein gesicht da werde ich dann die anderen sachen gebrauchen die ich euch nicht zeigen konnte aber doch ein abo boxen maker ja irgendwie kriegen wir immerhin so meine lieben ich wünsche noch einen wunderschönen tag das war es dann von meiner seite hier heute mit der my little box und ja ich gucke jetzt mal mein laptop da passt ich glaube es nicht und quetschen kann ich mir auch nicht wie gesagt dann nehme ich ihn halt wenn der experte und ich zusammen ihr woher fahren da können wir die sachen zusammen reinpacken ja also in dem sinne rein in die rinne lasst euch schmecken egal was ihr heute noch es oder tränkt tritt trinkt und wir sehen uns beim nächsten video wieder es kommen ja bald schon wieder neue boxen also macht es gut tschüss ach so habt ihr denn mal dr barbauer habt ihr denn mal dr barbauer gehabt habt ihr denn dr barbauer gehabt ihr glücklichen ja schreibt es mal in die kommentare ok also bis denn tschüss bis zum nächsten tschüss bis zum nächsten tschüss